Ich spiele in einem fantastischen Geburtstag, wo du jetzt noch sagst du. Total emotionaler Moment für mich. Ich bin überaus glücklich und dankbar, dass ich mich auch heute wieder in so einem Fluss präsentieren durfte. Da verschwindet wirklich alles und das ist einfach großartig. Gestern hast du gesagt, das war 100% Juli. War das heute vielleicht so ein hoffniges Jahr? Ja, mit Sicherheit daran angeknüpft. Das war auch mein Wunsch. Alle Konzentrationen darauf gerichtet, nicht zu sagen, jetzt eine gewisse Zufriedenheit zu entwickeln, sondern genau da weiterzumachen. Gefühlt, dass das Match in den vierten Satz geht heute und das ist mir superglück gelungen und es ist alles da. Perfekt, das ist alles fair, aber das war für mich sehr gut.